Naja, es geht nicht. Dazu müssten wir wahrscheinlich ein Dings bauen. Ist kalt. Ähm... So nen Steg. Sticks, Holz, Feuer und Penn. Wie macht ihr das Ganze kaputt? Ich habe es nicht kaputt gemacht. Aber es ist gebrannt, Chris. Doch nicht mit dem ganzen Stein, es hat doch gerade schön gebrannt. Könntest du gleich pennen? Dorfbewohner kommt. Ja, lass mal pennen gehen. Einfach pennen. Ja, das wird doch jetzt wahrscheinlich nix. Doch, mach einfach Z. Könnt doch nicht pennen. Ja, geht doch nicht. Halt dein Maul, du Christa. André auch da! Kann ich jetzt pennen? Ja, ich kann pennen. Könnt ihr pennen? Ich schlitz gerade noch einen auf. Warte im Moment. Er lebt noch. Geh, ist tot. Hey, ich habe deine Waffe aufgenommen. Oh, mein Hammer. Hast du die? Ja, habe ich auch. Was geht? Gute Nacht. Schlafen alle in einem Stelt. Nein. 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 Ich will das nicht sehen. Warum hast du gepumst, Christian? Ich hatte einen fett Bohnen gegessen. Das Boot muss zu zweit gesteuert werden. Wird aber so aufgefallen. Was ist mit dem Boot? Das muss zu zweit gesteuert werden. Wie zu zweit? Nein, zu zweit. Nein, zu zweit. Wie denn? Weil denn da zwei Ruder sind. Links ist auch noch eins. Ach, da hinten. Lol. Ja. Ach du Scheiße. Okay, Chris, du darfst das Gas geben. Wir wollen da hinten hin auf die andere. Nach rechts. Da hinten hin. Wir hätten uns vielleicht so einen Lockholder mitnehmen sollen. Weiter nach rechts. Das macht eigentlich so gar keinen Sinn, damit zu fahren. Wir hätten einfach... Ja. Gerade hinterher laufen. Chris und ich haben gerade Spaß. Ne, Chris? Ja. Wenn ich jetzt aufhöre und drehe, ist das in die andere Richtung, ne? Ja. Cool. Das ist cool. Jetzt nicht auf die Steine so aufsetzen. Okay, ich höre ein bisschen auf. So, jetzt geradeaus. Chris! Was denn? Fahr doch mal beide, beide. Ja, aber ich dachte, wir drehen so ein bisschen jetzt. Haben wir schon. Es ist okay, ist okay. Okay, ich dreh bei. Ich dreh bei. Hör auf, Chris. Ich dreh bei. Drifting! Drifting! Eingepackt! Wui! Wir sollten was zu essen bauen. Ich hab nicht mehr zu essen. Was zu essen bauen? Okay. Feier. Lagerfeuer. Ja. Ich bin der König der Welt! Aber hier oben kann ich doch noch was hier errichten. Kannst du was drauf wollen? Ich konnte es gerade nicht. Guck mal, ob ich was kann. Warum geht das denn nicht? Wie kann ich an so Dinger trinken nochmal an so? Ähm, dann baue ich hier irgendwie was an die Ecke, oder? Ich baue noch gar was an die Ecke, so ein dringender. Bänder. Brauchen wir noch vier Sticks, dann können wir da... Wie kann ich hier nochmal... Mann... Was denn? Wie kann ich hier... Wie kann ich hier trinken an som See? Gar nicht. Du musst noch Wasser kochen. Wie kann ich jetzt aufnehmen? Mit dem Kochtopf. Du bist hier eingeboren. Alter. Ja. Geht auch hoch. Ja, ich sehe das mit Sticks wieder. Mit dem Kochtopf. Ja, super. Ich komme nicht aus Bosn raus. Mit dem Kochtopf? Gehst du da hin? Oder musst du das an den Rand machen? Ich gehe das immer an diesem See. Aber ich habe es schon mal... Ich habe es ja schon mal gemacht an som See. Ich weiß auch nicht gerade, wie das gehen soll. Ich habe das nämlich immer an den See gemacht. Bin mit dem Kochtopf hingegangen. Und da war es aufgefüllt. Ein Wildschwein. Töte es. Leider kann man aus dem Feld nichts machen. Es kämpft gegen mich. Wir brauchen Steaks. Nein, wir brauchen Wildschweine. Wildschweinkopf. Wir brauchen Wildschweinkopf. Ich habe es. Kannst du das ganze Wildschwein jetzt auf einmal mitnehmen? Äh, nein. Und dann hinten an der Feuerstelle zacken. Ich bin gut. Ah. Ich finde gerade, Olivera. Was mache ich jetzt? Ich konnte aus Medizin-Craft nicht essen. Mario, guck mal, was ich in der Hand habe. Hallo, guck mal. Haha, toll. Ich habe meine Hand reingesteckt. Warte mal, bleibt man stehen? Ja. Nein. Nein, nein, nein. Fick dich. Es ist noch eins. Es ist noch eins. Chris, es kommt zu dir. Ich hätte den Kopf fallen lassen, glaube ich. Aber wir haben Besuch. Mal sehen, das ist die Moritz. Mal sehen, dass die Abenteuerung donnieren. Mal sehen, dass die Abenteuerung kommen. Mal sehen, dass die Abenteuerung entspannen, das schrugen zu müssen. Und dann gibt es die Abenteuerung. Oh, was ist das? Oh, was ist das? ich wollte ja gewaltig ist auch schön schladen und mit übernehmen und verbrennen mittlerweile ist ich brauche ich brauche mein lagerfeuer hierhin hat jemand zwei steine bestimmt oder ich bin eine spinne ach so ich kenne nicht man wird das schiff ein bisschen mehr ans ufer anholen sollen kommt ich komme da nicht rauf weil das war so guck über den stein zu machen über den stein hier machen wir hier über den stein mario go ja doch hat macht mir doch gerade perfekt jetzt hat es wieder unperfekt gemacht ganz ehrlich ich komme mit dem boden nicht klar ich habe es gerade aber probiert zu steuern und es geht gar nicht gar nie was ein schönes jump and run so wo und jetzt ist es so voll easy ja ich würde auch schnell das holz aufkriegen wie kann ich jetzt hier wasser aufheben ich weiß ob das überall geht ne das geht mit salzwasser geht das nicht das muss schon ein normales wasser sein ich habe aber nichts zu trinken dieses ding ich auch nicht mehr also wir müssen warten bis es regnet dann haben wir auch was geil hier vorne war ein See ich habe einen See ich habe einen See ich brauche Holz ich brauche Holz also wir brauchen Holz ich hole mal eine Lok einfach hingehen und e-spam dann geht das und beim See hier rum ich hole mal eine Lok Jo ich fällen mal in der Zeit ein paar Bäume hier ich habe mir ein bisschen Sticks rein durch das Bäumefällen kann man neue Stickbäume rein seid ihr bereit Teamarbeit einfach wieder essen das geht so schnell hier du fette Schwein du ich habe überhaupt zu sagen ein bisschen Rohfly Routen dabei hier unten bei mir sind sie einer er nähert sich er mit dem Mario ja ich habe auch wieder einer Achtung das ist der mich zwei sind es ich bin da der kommt doch die Schwuchteln ein bisschen Pisser ja jetzt ist wieder die Schwuchteln voran war es den Spaß das ist alles könnt ihr meinen Mario helfe die Schwuchtel vergewaltigt mich dann könnt ihr das schon meinen machen und etwas gegen Schwule also hier kommen drei Stück gerade dazu oh Gott tschüss Invasion ja aber ich bin doch gar nicht über eine Lok am holen komm rennt aufs Feuer komm rennt aufs Feuer komm rennt aufs Feuer hör auf zu jämmern mach dich klappen komm schon warte sie kommt näher sie kommt näher oh hier ist noch einer links ach scheiß drauf der eine ist schon wieder weg guck mal ja genau ich weg du warte so ich war schon ewig fürs Abendessen oh oh ja es geht los endlich da kommt ein eingeborene zu euch ne an der Küste an der Küste ich überfahre den nee 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 au hey nicht mehr hey hör aufs Leck au das ist noch mehr mal hier ist schon wieder einer ja ja einer sind zwei also mein Bild ist grau heißt das irgendwas zu sagen nee oder doch dass du ein grauer Leben hast ja ich weiß hey aber Tant ist ja friedlich du Penner ich bin aber halt friedlich oh Gott Hilfe ich bin gleich tot Hilfe 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 geh weg ahhhh 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 was ich fck ich bin down ich bin down ich bin down ich hol dich ich hol dich drauf Jungs oh also dadurch heilig richtig essen nice christian hat seinen locken ne ja ich geh wieder sticks sammeln lalalala 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 soo jetzt wir da das volle haben vier stück sechs sticks erst mal eine runde des snapshot abschneiden snapshot? yes na komm schon wir brauchen das jo wir brauchen Sticks ja oh Schildkröte ja Loks hilft das gerade gar nicht wir brauchen Sticks und zwar dringend sonst despawn nämlich die einen Loks schon also Mastermok wenn du gerade welche hast dann ja äh die spawn welche ja also das passiert nachher ja also 6 reichen erstmal dann können wir die nämlich ein paar wegbringen ja ich komme sonst mach die auf die Wägen drauf wir haben noch einen wir haben noch einen Wagen hier achso wir sind noch einer leer oder? ne noch nicht ok einer ist fertig ich mach jetzt mal voll ne geh du wieder Sticks holen lass uns das hier ich lad das hier voll das ist besser von der zeiteinteilung her ne nein ich habe jetzt zweimal schon Medizin hergestellt ey also wenn man gezielt hier und die Musik hier mit oder? ok jetzt alles kann es st stimmt Musik fehlt hier ja die kann es ja nicht wegen der Aufnahme oder? ja muss ich mal gucken ob ich mir demnächst mal vielleicht eine Playlist hast du schon den Walkman? ich habe nämlich den noch nicht ne und wenn ich einen Walkman hätte müsste ich hier die ganze Zeit in der Hand halten die kann man Schildkröten töten die gehen die ganze Zeit immer rein in ihre Nässe du musst auf den Kopf äh direkt ziehen die Axt aber das nochmal draufschlagen auf den Kopf gehen wir echt in die also die an am Wasser gegen die wenn ich die an wassertönte gegen die äh ne schau noch rein hä die ist die Spont hab sie die sind jetzt zwei Christian ja ich hab's aus der einen zwei gemacht what? äh bug user hä also wo ist der hä wo ist denn der ach da hä ich kapier' jetzt grad gar nicht mehr das ist der fuckt hier ein bisschen rum oh ein Regenbogen Regenbogen ah sieht doch schön aus Regenbogen man kann aber nur einen äh Panzer haben man kann ja nur einen haben ja aber den anderen kannst du auch wieder so vor dir rumschlippen ne in die ganze Zeit äh e Spams ja viel zu anstrengend sammelt aber alle mit Sticks bin ich doch schon dabei oh Gott ich dachte ich würde gerade angegriffen weil weil ich bin so ha 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 aber dabei war es war es im Moment Charakter der ähm die Booster verloren hat wer ist denn hier im Boot ein Brenner ja bevor wir jetzt die Locks da einlagern ich würde nur die einlagern die gerade eine lose rumliegen die die im Wagen sind die kann man noch drinnen lassen so lange bis wir komplett alles weg sind ne ich lade dir die hier rumliegen leide ich mal ein ja die die im Wagen liegen die kannst du noch drinnen lassen ja die kann man auch später machen hier liegt auch keiner auch keins mehr rum ok da haben weiter Sticks das sind alles nur Bücher ähm haben wir einen Baum hier irgendwo dann in der Nähe wo ich dann vielleicht ja guck mal wir haben hier einen einzelnen Baum ne Leute seht ihr jetzt wo ich kam bin mhm irgendwo ganz weit entfernt an der Küste den Baum würde ich so stehen lassen und dann würde ich dann hier so ein Ding dann packen soll so ein Harzteil damit du es dann immer Harz da sammeln könnt warum ist der ziemlich erkenntlich dass der einzeln steht ja ja ok halt warum jetzt hätte es war wie ein Wildschweiner war naja so gut hätte es mein Buch so komisch so seitlich ich werde nicht mal von Talzum und so an da das ist eine Scheiße das ist so wie ein Gangster eine Pistole hält nein ich nicht halt das so hält sogar ein Buch und Wildschwein so jetzt brauchen wir nur noch zwei Lockholder dann sind die erstmal fertig ja ja ich habe einen Wildschweiner ja ich habe 10 ich habe 10 Sticks ja wenn ihr eins auf ich gehe es nämlich noch mit ich glaube wir brauchen nur noch zwei mal also 20 Sticks dann ist bestimmt alles fertig oh man ne nur 50 warum hätte es das Buch so komisch 50 wo haben wir denn noch die anderen bitte wozu bauen wir denn nur 50 Sticks das liegt was ich gerade schon höre ist gut es gibt erstmal ich kann es mit dem Baum nicht bauen ok ich mache das gerade mal in einem anderen Baum der ist auch ein bisschen einzustehen noch ja ja vielleicht ah ja deswegen ging das nicht das war ein anderer Baum ja ich bin jetzt ich bin mal ich hier dem Untertitelung des ZDF, 2020